herzlich willkommen bei pokémon christian edition mit seinem kamikaze meine wenigkeit so in diesem part wollen wir das letzte sechste mitglied meines pokémon teams begrüßen ihr müsst euch jetzt ein trommelwirbel einbilden bitte das letzte und sechste punkt mein team ist ein teriosa ja ich weiß die rosa aber wie ihr gerade seht habe ich ein teriosa expand und megania drei punkten team youtube vorkommen also in der zweiten generation und drei punkten und fleckmann magneton und oder mal kurz scheiße okay okay ich habe mich gehört es sind nur zwei pokémon die in kanto vorkommen dann sind alles youtube pokémon ist schweigen schnell 33 ballons haben passiert passiert ist natürlich ein vorbildlicher trainer bin habe ich meine fleckmann nicht mein fleckmann mein teriosa so weit trainiert bis es level 29 ist und kurz bevor der entwicklung steht und dann ihr habt es leider nicht gesehen ich habe das während des trainings hat professor lindt angerufen und hat gesagt aha deine pokémon sind mit dem virus infiziert poker ross das ja leute poker russ kommt schon in der zweiten generation vor schade dass ich euch das nicht zeigen kann und das wie kann finalen final ist nicht gut ja da steckt man die uhr sind nicht weg ja der pokémon finale pokémon kommt schon in der zweiten generation hier gerade seit vor uns die leute die pokémon nicht kennt das ist ein virus das pokémon infiziert und auch das team und du kriegst mehr erfahrungspunkte war das schon mal kurz der die hosen wirken lassen der los aber zu user so pokémon ist tut also die pokémon sieben team hast also infiziere kriegen wir ein fahrungspunkt ist eigentlich nichts weiter also das ist hilft sogar beim trainieren bloß pokémon ist dann irgendwann weg außer du legst das infizierte pokémon auf die pokémon box das bleibt dann halt dort und intifiziert und blablabla 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 bla blablabla das des pokam also dass pokémon auf taucht ja das ist gering die chance dass es irgendwann überhaupt passiert also kann ich mich nicht relativ glücklich schätzen das ist bei mir jetzt passiert ist 500 punkte und das dumme ist auf christen also in der zweiten generation sieht man nicht also da ist es ein status wert irgendwie beim beim pokémon und zeigt aha dieses punkt man hat pokers schluss ab der dritten generation oder steht irgendwo irgendwo in der ecke oder so steht dann irgendwie pucke kv oder irgendwas ist ein mitglieder unterstrichen das ein zeichner hat diese punkt man hat pokus und als wegen generation gibt es ja nicht schade eigentlich denn denn der coolen zuwart ich mach dich fertig ich hab ein eisieb in your face schön ist ja warum hat mein team ein ursachen also warum habe ich vorher täte die rosa eisie beigebracht ist eine sehr gute und interessante frage dieses der die rosa kam mir erst fangen wenn man durch den eistunnel gegangen ist und quasi beim achten arena leider ist der menschheit hingelaufen durch ein eistunnel bla 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 und ich habe dann halt bei den kleinsteins und georgs habe ich damit die rosa trainiert die stück sind die rosa hier 500 oder 600 erfahrungspunkten gibt aber dass du geil im schmidt und ja deswegen hat mein teriore eisieb ich habe erst überlegt zum rizzeros ist auch geil ganze server beibringen das müsst ihr euch mal vorstellen ein ein gesteins punkt was man so vorbeibringen kann wie schwachsinnig ist das denn scheiße warte mal tut das überhaupt was nicht nicht sehr effektiv scheiße eingefroren kackbock ja das müsst ihr euch mal vorstellen ich glaube es gibt gibt es warte mal gibt es ein anderes gestein pokémon molland was er bot das kann auch selber lernen aber sonst irgendwie ein punkt was gestein boten ist was server lernen kann das ist total das ist irre ist das einfach nur irre aber schon dazu okay ist schon dickes ding das dumm ist ich kann es erst dann wenn ich zur siegelstraße ist auf der siegelstraße fangen und ich müsste das dann quasi von dort gestreut ich trainiere ja meine pokémon ist immer von stuern warte mal wiesen wo bevor ich erzähle ich trainiere meine pokémon ist immer von level 5 ab ab warte mal ab der dritten generation sind die level eins in der zweiten sind die nachlebe genau in der zweiten sind die nachlebe fünf ich trainiere die ab von level 5 ab also ich lasse die quasi in einlegen und dann das ausschlüpfen dann trainiert das so habe ich es auch mit teddy usa und magnitilo gemacht halt und ich müsste das quasi von level 5 bis level ich glaube 24 24 trainieren und alter ich habe zwei haufen gegner noch da die ich machen kann auch leute das muss echt nicht sein deswegen habe ich ein kleines süßes na gut die dose na gut ich habe die usa war klein und süß und jetzt habe ich halt ein großes krimmiges bärchen ist auch ganz nett ist auch ganz klar ich habe jetzt noch die komischen geguckt zum irgendwelche attacken kann man den beibringen und blablabla 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 und hause ring geht schon erholung schlitzer eis 7 euro passt schon das passt schon so an den team wird so diesmal verändert das bleibt ist das ja standort team komm her hat sich selber eingeschlossen ja so eine ist es in it lemschrad und dann hat er noch einen schlüssel verloren solche leute habe ich gern naja ich habe vergessen meinen koffer aufzusetzen mir ist dieser tun zweimal auftaucht wie dieser nette so das ist ja tun von dem gameplay zu ihm auftaucht es ist nun in spielen schale ergibt und nein das muss nicht sein das muss einfach nicht sein deswegen machen habe ich jetzt mein koffer reingemacht kurz vor jetzt muss er nicht reichen das wird es mal ein probier port hier waren wir so nur kämpfe stattfindet man ich habe jetzt das micro also meine koffer reingemacht das wird ein kleiner ton test jetzt finde 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 eigentlich ohne guter tage die trifft immer genau wie super platz oder wann man da gibt es noch ein paar andere tage die immer treffen ist wie feines gerade nur zauberblatt und finde ein nicht gut es wird ja gut es wird jetzt mal einen tonprobe ich habe es vorher am mikrofon also mein headset nicht drin gehabt jetzt habe ich mein headset wieder tränen und jetzt bin ich mal gespannt was mit dem turm passiert denn vorher habe ich die parts immer so oft genommen ohne headset will in den anderen ports wo ich halt mit der netten ruka gespielt also geredet habe hat die stimme von von der netten ruka her doppelt aufgenommen wie er bestimmt mitgekriegt hat in den gewissen ports und das will ich halt fuck 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 und das will ich halt vermeiden dass es nicht doppelt aufgenommen wird und jetzt habe ich halt mein herzlich wieder drin und jetzt gucke ich mal ob der tun vom gameplay leiser wird wenn du weil irgendwie habe ich das muss halt gucken wie ich es mache weil ich sehe kratz vor mir ja ich bin schon mal gespannt weil dann kann ich auch ein bisschen variieren und ausprobieren und blablabla ihr wisst euch schon was ich mir wissen schon was ich bin aussetzung erholung oder so ein horch noch hat's vor mir mist hätte noch mal treffen müssen auch zu tun ich kann schon unten durch du oh bitte was geht denn mit dir ab kann denn es sein ich glaube ich habe keine gegengiftbeere mit oh ich habe null bock rauszulaufen ich glaube schon heiler ich habe keinen bock jetzt rauszulaufen oh doch schon gegengift gegengiftbeere ähm ahja mein ozerring trägt ewiges eis ich habe das in den komischen eistunnel gewonnen das verstärkt eisattacken also wird quasi der eis gibt noch stärker hätte ich das mal beim training ausgerüstet du wärst schneller gegangen ein purik und mensch wie du klitzerst 30 ok ich nehme die hausforderung an mein vorn und ich nehme die hausforderung an hast du eh nur triplatte und so eine kacke zack fast die hälfte weg umwandlung ersetzen fehlgeschlagen worum kann warte mal kann kann das sein dass umwandlung nicht klappt weil ich auch normal bin weil irgendwie tut er die umwandlung irgendwie gegengesetzte typ sich verwandeln ich brenne ist das dein ernst toll ich brenne da 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 uh 3000 geil du gibst aber ordentlich Schmetter mein freund du gibst ordentlich Schmetter ich habe noch ein paar tränke so rüstte ich erstmal ein bisschen hier aus denn wenn ich fast tot bin nimm ich wieder erholung und da bin ich wieder da und muss er den namen voran du bist du gekommen und mich zu retten ich bin ein betrüger oh mein gott oh mein gott hat mir so hinter sich geführt warte mal du hast doch nur smuggins oder der hat doch nur smuggins scheiße dann noch so stark er wurde mal da zu wir das sagt er fast gar nichts das ist nicht gut alter der hat reingehauen so finde so ist wirklich zu fleckmann ich kann ja mal mein urserigen ja den spaß in die ganze leute so ein smuggins scheiße ich wollte wechseln ist dass du auch ein smuggins oder also ich muss drücken ich wollte mich gerade kratzen dieser schlampe hat das ordentliche es gefällt mir gar nicht das ist über 20 zockt so in den port werde ich ja das wird schon der schlüssel das macht überhaupt keine erholung hinzusetzen scheiße dich abgrundtief wurde witz so haben wir das auch fertig jetzt 22 32 32 so ist noch mal fleckmann nehmen krumme läufel wäre geil das würde psychische attacken stärken das gefällt mir gar nicht das gefällt mir gar nicht kann doch nicht so schwach sein so scheiße ich bin gegen das mikro gekommen der gibt unten nicht smuggins smuggins ich glaube das war's müssen wir müssen vielleicht mal jeder lebt noch volltreffer war geil natürlich nicht okay jetzt ist fleckmann das ist das ist ein arschloch move sie hat nur smuggins und gift attacken können steuer pokémon nichts anhaben das ist hier smuggins und selbst wenn er finale nimmt das ist grad mal kleiner kratzer das ist richtig böse ist das alter das sagt er fast gar nichts ja gut ist schon den viertelste also trotzdem sehr wenig okay habe ich gehört doch ein mittel 1000 mega fett noch ein smuggins okay ob der noch smugg hat ne der hat bestimmt finale explosion wird er noch nicht haben so eine abgefuckte starke attacke der keller schlüssel aber frage ich will es kommen wie lange der part jetzt geht schon schlug wenn es das ist was ich jetzt denk mein auserring wird sterben sie ist schon kommen wenn es das ist was ich jetzt denke dass den keller muss und dieses komische rätsel machen muss kommen wir vor der rivale die rivale werde ich jetzt noch machen und schlug noch die gegner oder drei gegner die oben noch sind die komischen schalter oder so bewacht die man immer an und aus machen muss werde ich glaube ich noch machen und dann werde ich den part auch wieder bänden weil ja ich fühle mich mal in gewisse zeiten halten so das muss doch das hier sein oder und mal als erstes gut das war das so das erstes punkt hat er glaube ich was hat das erstes punkt man scheiß drauf schlimm erstmal rosa rinko sagen ist gegen vieles gut auf in die kampf bleiben sie stehen da wird es geflohen und blablabla heizmauer der blablabla und die morgert moment aus dem siegten blablabla rechnung begleiten 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 das liebe oder nee goldbad sehr nice na goldbad was geht ich hab schon die expert oh man alter der hat sich 21 selber abgezogen alter fuck sehr nice guter guter hieb guter hieb guter hieb die nehme ich mit so und jetzt nochmal komm ozerring 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 yes weggehandelt strike gutes ding ozerring gutes ding so magisch das was kommt denn jetzt magnit titel wie so du hast einen schönen fetten scheiße ich wollte feuer schlocken mist wie ich diese attacke hasse donnerwelle sehr nice mir muss ich mit einer tage so ein foto heraushauen kann das ist der pure wahnsinn so es kommt jetzt apollo apollo gift psycho ozerring würde da gehen hat erfinder aber der typ hat bestimmt du hast bestimmt hypnose und traumfresser das ist eine standard kombination für die ganzen kunden jetzt geiles ding ozerring geiles ding so es kommt jetzt liebe jetzt kann das liebe es muss aber tauschen liebe ist und nicht eis wieso kann ich nicht nehmen also muss ich frage das kann schon nicht nehmen genau nicht mit mach ich mal genau so einen aschloch movie du zu donnerwelle ich habe auch überlegt ist nie mehr zu trainieren aber dachte so ist nicht gut besonders das punkte schon im silberberg fangen gut ist schon eine kanzel attacken weibringen so aber das heißt so ich will ja nach der nach der joto liga welche auch noch nach kanto reisen und dann die ganzen arena platt machen und dann müsste ich wieder von vorne trainieren und da ist nicht gut so ultra ich werde doch nach wie weil er das machen ich habe gerade ich merke gerade ich habe bei den kampfgruppe 6 oder 7 minuten bin ich bin dabei fleckmann niedlich aber mein fleckmann ist besser rauchwolke ach nee ach nee zweimal so was er weg ich könnte mir jetzt zauberwasser holen das versteckt wasser attacken klub das wird schon nächsten vor dem nächsten part wird ich mir das holen kann ich mein fleckmann noch erhöhen geil nach muss das sein die gelaber muss das sein du zögerst deine niederlage nur hinaus wir können es auf die harte oder auf die weiche turmer du willst es auf die harte du kriegst es auf die harte turmer ein freund ist mich verarschen jetzt brenn ich auch noch fleckmann was ist los mit dir reiß ich doch mal zusammen hier es ist ja es ist ja in peinlich dass du hier ab lieferst fleckmann los server machs weg na brauche ich beim rivaler acht minuten oder so das ist doch pure wahnsinn ach boobie wurde besiegt warum habe ich verloren ich habe die stärksten punkten zusammen getragen ich habe mich so angestrengt warum habe ich es bloß verloren tja du hast halt nicht das herz der karten vertraut sorry leute das falsche spiel ja bla 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 so rein weg geht zu deiner mutti die sich ausholen so wird schon schnell zum pokémon center gehen wie ich mir jetzt aufladen und nachdem ich meine pokémon aufgeladen habe werde ich diesen hübschen niedlichen kleinen versuchspart beenden es hat was hat es trotzdem wieder gefallen bei pokémon christian edition mit seinem kamikaze meine wenigkeit ist ja ganz klar also hoffe ich hoffe ich mal dass sie beim nächsten mal wieder einschalten also bis die tage